Guten Abend, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem Zeitenversuch bei Abdukte 2 wieder mit Zielenkrafter Ja, nochmal von vorne Ja, und ich nehme wieder die linke und du die rechte Seite Ähm, nimmst du die M4 oder soll ich die mal nehmen oder willst du denn die Shotgun dafür? Teilen wir uns mal die M4, weil diesmal habe ich nur mit der M4 gespielt Achja, ja, die Gegner haben ja auch die M4, dann war ja gut Ja, ist ja genug, muss einfach nur, die erste M4 muss ich einfach nur einsammeln Ja Nimm du mal die Reststermonie Ich muss einfach nur die erste M4 sammeln, töt gleich die ersten zwei, die wir dann so finden und dann hast du auch die M4 Gut, dann wollen wir mal Fehlt nur noch so ein Raketenwerfer Oh ja, in die Menge Und bitte fliege jetzt nicht bei der Leiter runter, okay? Na, ich versuch's, ich kann nichts versprechen Okay, ich zeig dir mal, wie das geht, okay? Du gehst hier und klebst dich an die Leiter und gehst einfach nur geradeaus nach unten Okay, ja, ich geh mal von der, von der anderen Seite so runter, deswegen Wahrscheinlich sterbe ich deswegen immer Äh, also, weil die Leben Achtung Ich sehe ja rechts sind welche Ich weiß nicht, dass sie auch von uns an geht Kann es sein, dass diese Soldaten, die wir gerade angegriffen haben, Amerikaner waren? Weil die hatten keine richtige, starke, äh, Gasmaskenuniform wie davor, wie bei der letzten Map Kann es sein, dass das die Amerikaner sind? Du meinst, äh, ich weiß es nicht Ja, den in diesem grünen Anzug Hier, hier steht nirgends wo der Code Ich glaube, ich weiß, wo der Code war, bei diesem einen toten Typen da, der am Sessel stand Äh, hier brauchen wir es ja Au! Was? Der hat mir einfach diese Dinge so um die Fresse, um die, auf die Fresse geworfen Gut, alle tot? Okay Okay, ne, hier liegt mal, ne? Okay, so war's hier, ne? Ja Das ist mir echt am Arsch, oder? Da hat keine Pistole-Money mehr Okay, weiter Da hat keine Pistole-Money mehr Aber wenn ich die Pistole-Money auf die Zunge zu verballen, lohnt sich echt, weil du schießt sie echt nur in den Köpfen, fertig Die Schott-Money bauen wir vielleicht in den Nahkampf gegen die Soldaten Ja, Pistole und Crawl-Money Äh, Pistole Ach, war das knapp Ey, Pistole und Crawl-Money Ja, ich weiß nicht, ich komm auch mal grad da hin, damit ich mir den Crawl-Money nehme Ja, hier steht der Code, 274, 6 Hier, da ist der Crawl-Money Hier ist noch ein Pistole-Money, juu Alles meins Nix teilen, ne? Äh, Spaß beiseite Ja, bei mir geht's noch Wie viel monier hast du an der Pistole? 112 hab ich jetzt drin, 8 hab noch 10 also Ja, aber ich hab 80 Wenn ich, wenn ich Kopfschüsse nur mache, dann geht das noch Ich geh mal hier hin Aber hier war noch ein anderer Raum Äh, komm mal her, komm her Warte Ihre Geräusche Äh Ich fuhre grad durch die Lüftungsschacht hier Ja, klar, ich verfehle den Zombie anscheinend mit nem Crober Ich hab nur noch 30 HP Ja, wir kriegen ja dann zum Glück noch mal Leben, das ist nur ja mittlerweile Nach einem Jahrhundert kriegen wir dann wieder Leben Äh, ich hab nur 100, also mir geht's nur gut Ich hab 30 Einschlag, ich bin dauernd Ich sag doch, kein Risiko mit dem Crober, ist das immer so ne Sache Kann auch mal ein Schiff gehen Ja, aber guck mal, du schlägst ja richtig schnell und dann nur 2 Mal Das kann man, okay Es kommt echt nervig zum, dass ich nämlich jetzt die Shotgun Mal Ach ja, genau Wow, das ist echt nicht viel, ey Komm einfach, komm rein, komm rein Und dann mach einfach die Zeit Warte durchrennen Warte durchrennen Warte durchrennen Warte durchrennen Warte lieber, sicher Wir werden die Shotgun im Recht oder oder was nicht durch Wir können da ich durchlaufen Warte, äh Nicht runterrutschen Mein Penner, Penner springen Wie Augen Komm rein Ey, die Pistole ist sogar besser als die, äh Shotgun manchmal Das glaubt du doch nicht Das ist wahr Hallo Oh Mann Lass sie sich Nach einem Schuh so schön Aua, wenn da ist noch weniger AP Ich lade da durch wie der nächste Rambo Ja, sagt er und hat nur noch Für unsere AP Jetzt kommt wieder dieser verdammte Sprungpassage. Der ist eigentlich nicht schwer. Ja, es geht. Man muss halt rechtzeitig nur eine Drucktaste drücken, das ist immer das, was mir Angst macht. Ich denke mal nicht, dass da unten irgendwo eine Leiter ist. Ja genau, hier kriege ich die M4. Weil ich ja so ehrenhaft bin. Ich droppe die Pistole, dann kannst du ruhig die Pistole unten nehmen. Wäre besser, aber ich habe nur noch 5 Schuss. Ja, dann kann ich ja die restlichen Muni droppen. Ah ne, die ist glaube ich bei der Pistole dabei. Hattest du 51 zum Nachladen? Ja, ja. Gut, dann ist es die. Weißt du was, ich nehme jetzt einfach die ganze M4 Muni und wenn wir die richtigen Gegner killen... Dann kann ich von denen mit aufsammeln. Ja, und dann droppe ich die auch noch ein bisschen Muni. Na gut, an die Ober... Aber hier war noch Pistole, da war es noch deinem. Ich nehme die ganze Pistole einfach jetzt. Jetzt habe ich 111. Sollte ein bisschen reichen erstmal. Okay, wir nehmen jetzt zuerst die Medica, ich nehme zuerst die Medica, sondern du nimmst... Ja, mach du das mal. So. Okay, ich bin voll. 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 Wenn man wenigstens ziehen könnte, wäre immer ein bisschen lustig. Ja, das ist die Army oder so, ne? Ja, ich glaube das ist die US Army. Weil hier war ja nur diese US Trucks. die einen Arzt hatten ja eine komplett andere Rüstung. Hallo, wo seid ihr? Da. Jetzt sind die auch, jetzt sind ein Fahrer wieder auf der anderen Seite. Die müssen sich immer verkrümeln, die Penner. Ja, ey, haben nix drauf, ey. Das ganze Militärkampf gegen zwei Leute ist jetzt um zwei Leute zu töten. Ey, die rennen da wieder zurück irgendwie, die... Jetzt haben wir wieder... Hier ist wieder einer, der hält übelst viel aus. Ne, der hält nicht viel aus, ich muss mal drauf. Nein, da ist einer. Gehen Schüsse. Ja, ich bin hier. Oder hier. Äh, ich muss ja schon einen Teil der Muni nehmen. Weil jetzt, jetzt kann ich... Ja, ja, hab ich... Daumen direkt ist der Erste. Das sind zwei sogar. So, dann nehm ich mir mal. Also ich muss ja die Shotgun... Willst du die Shotgun haben? Ähm, ja, kannst du eine geben, wenn du willst. Dann kann ich dir so hinwerfen, müsste ja auch die Munition drin sein. Mhm. Dann droppe ich dir ein bisschen Muni. Nein, nicht der M4. Ob ich dir halt die Muni... Oh mein Gott, bist du dumm Muni zu droppen. Eins, zwei, drei, vier. Sieht einfach so geil aus. Ja, daran konnte ich mich noch einmal noch erinnern. Ich nicht. Meine Rüstung, alles mal ins. Und du zwei. Ja, du zwei. Hier geht's also weiter. Wenn die Tür... Wenn die Tür aufspringt, ist noch einer. Ah! Warst du das gesehen? Da. Okay, warte mal. Du hast definitiv ein paar mehr AP. Wie viel Muni hast du eigentlich? Äh, 159 nachladen. Ich sag mal einfach immer nur nachladen, dann weiß ja, dass hier voll ist. Okay, ich hab diesmal kein Auftreten Deutsch gehört. Hier? Guck mal. Scheiß Waffe. Die sind dann nicht nachgeladen gewesen. Hier sind wir gestorben. Ja, hier bin ich gestorben. Ich bin einmal in 4 Muni. Noch einmal in 4 Muni. Da sind mir die Kits drin. Alter! Scheiß Waffe, ey. Da ist noch einer. Okay, warte. Wie viel AP hast du? Ja, ich brauche eins. Und du den Rest der Rüstung? Ja, nämlich. Da vorne liegt noch Muni. Jep. Okay, warte. Ich lad erst mal alles. Okay, ich hab alles. Okay, jetzt muss ich nachladen. Warte mal, Pistole. Ja, ist auch voll. Alles gut. Können. Da ist glaube ich noch einer. Jep. Achtung. Ach, da ist noch einer, glaube ich. Den kann ich mich noch erinnern an vorhin. Okay, oben ist keiner. Jetzt musst du die Muni auf. Ja, schon erledigt. Nicht lieber als das. Ich wette um die Tür, kommt wieder so einer. Ja, definitiv. Ich trau dem Langgang nicht. Du kannst nicht. Ja, das bringt du dich offline ... ... Alle, DMG ist widerlich. Mach den Heli, Alter. Zurück. Ich geh zurück, ich geh zurück. Geh doch zu, du scheiß... Tür, Alter. Hi. Das ist mir halt, Alter. Ich hab gar keinen... Ich krieg gar... Ich bin tot. Da kommen Zombies. Ich bin tot. Nein. Wir sind jetzt bei der nächsten Folge.